In den Hauptrollen die beiden Stars aus Stuttgart, denen die Bühne diesen Ruf im Ballettbereich zu verdanken hat, Marsha Haydee und Richard Cragan. Und ein dritter ist es noch, der den Ruf von Stuttgart ausmacht, das ist John Krenko, der für die Choreografie und Inszenierung von Romeo und Julia verantwortlich zeichnet. Für viele gilt dieses Werk, Romeo und Julia, als das gelungenste, das der kurz vor der Fernsehaufzeichnung plötzlich verstorbene Krenko je geschaffen hat. Krenko 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018